Hallo, wir wollen mal schauen, was der Regen der letzten Tage so in der Pilzwelt und in der Pflanzenwelt verändert hat. Aber bevor es losgeht, da wollten wir einfach mal Danke sagen. Danke! Nämlich Danke an all die Pilzgnome und Kräuterfeen unter euch und die anderen Fabelwesen dafür, dass ihr uns einmalig oder teilweise auch regelmäßig mit Spenden unterstützt auf Patreon oder auch auf Paypal. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr helft uns damit sehr weiter und wir freuen uns jedes Mal richtig doll. Und falls ihr es noch nicht getan habt, aber vielleicht das Gefühl habt, ihr profitiert von unseren Videos, ihr könnt was dazu lernen, ihr werdet gut unterhalten, dann würden wir uns sehr freuen, wenn auch ihr uns unterstützen wollt eben auf Paypal oder auf Patreon. Und die Links dazu werden wir in die Videobeschreibung packen. Und dann geht es jetzt auch los. Als erstes haben wir hier heute das bittere Schaumkraut gefunden. Das heißt zwar bittere Schaumkraut ist aber eigentlich gar nicht so bitter, aber dafür ist es sehr würzig, schön scharf auch, schmeckt der Kresse sehr ähnlich. Also hat ja auch einen recht ähnlichen Standort. Das mag es halt sehr gerne, sehr feucht. Also auch andere Schaumkräuter mögen es ja feucht. Zum Beispiel das Wiesenschaumkraut, aber es steht halt mehr so auf Feuchtwiesen. Und das bittere, das steht ja mehr so an kleinen Seen oder so Teichen, Bachläufen, kleinen Flüssen, sowas, wo es halt richtig schöne nasse Füße kriegt. Und es ist eine ganz tolle Pflanze, die man jetzt sammeln kann, die jetzt ja auch richtig auffällt mit diesen kleinen weißen Blüten und auch ganz gut bestimmbar ist anhand dieser gefiederten Blätter. Also eine sehr, sehr feine Pflanze, die man jetzt gut sammeln kann. Und hier haben wir jetzt was sehr Schönes gefunden, eine wundervolle Pflanze, ein Schmetterlingsblütler, nämlich die Frühlingsblatterbse. Und die hat wunderschöne Blüten, wie man hier sehen kann. Also die reichen hier von Pink bis ins Blaue, von den Farben her. Was sehr, sehr Schönes fürs Auge. Ist eine Pflanze, die doch eher leicht giftig ist und vom Verzehr wird da eigentlich immer eher abgeraten. Also es gibt wohl auch Möglichkeiten, die zuzubereiten, dass die Giftstoffe ein bisschen raus sind und so. Aber ich denke, es muss eigentlich nicht unbedingt sein. Es gibt genug anderes, zum Beispiel hier direkt daneben die Knoblauchstrauke, die jetzt ja auch in der vollen Blüte steht schon. Und ja, die löst jetzt so den Bärlauch so langsam ab. Wenn der jetzt so langsam durch ist bald, noch ist er ja da, aber nicht mehr lang, dann ist das hier sozusagen der Ersatz, der dann so Richtung Knoblauch geschmacklich geht. Wobei sie natürlich schon anders ist. Weniger scharf ausgeprägt, sondern eher auch so ein bisschen herber irgendwie. Ganz leichte Bitternote, aber nicht wirklich ausgeprägt. Also kann man auch sehr gut einsetzen für Pestos. Und ja, das ist natürlich was Schönes. Jetzt erkennt man ja sehr gut eigentlich auch so an diesen weißen Blüten. Und ja, die Blätter, die ja sehr auffällig außenrum auch so gekerbt sind und ein bisschen pfeilförmig sind und manchmal vielleicht auch eher so leicht herzförmig, aber eigentlich eher pfeilförmig. Und ja, und auch einen sehr auffälligen Geruch natürlich haben nach Knoblauch. Und ein Video haben wir dazu ja auch schon mal gemacht. Wir sind hier heute in einem Buchenwald, also der von Rotbuchen dominiert wird. Aber hier sind auch alle möglichen anderen Laubbäume und auch Sträucher und sowas. Hier wächst zum Beispiel relativ viel Hasel gerade. Und hier ist es recht feucht auch in diesem Wald. Und da kommt jetzt eine Pflanze so langsam hier zu Tage. Die ja eine ganz gute Schattenpflanze ist ebenso in solchen, ja mittlerweile schon doch recht dunklen Wäldern wieder. Weil die Laubschicht so auf den Bäumen, auf den Baumkronen, die ist ja jetzt doch immer mehr ausgeprägt schon. Und dementsprechend haben es ja die Pflanzen jetzt immer schwerer. Aber hier ist eine, die kommt damit ganz gut klar. Nämlich der Waldziest. Und der Waldziest, den kann man hier jetzt sehen, ist eine ziemlich haarige Pflanze auf jeden Fall. Also an den Stielen, sehr behaart. Und die Blätter fühlen sich auch sehr weich und flaumig an. Und dann haben wir natürlich hier Merkmale. Man sieht kreuzgegenständig angeordnete Blätter. Hier welche und dann versetzt hier welche. Und dann wieder hier welche. Und dazu einen quadratischen Stiel. Ja und was kann das heißen? Es ist ein Lippenblütler. Diese Merkmale haben wir ja recht oft bei Lippenblütlern. So quadratische Stiele und kreuzgegenständig angeordnete Blätter. Später dann im Jahr blüht die Pflanze dann auch noch. Dann wird es dann noch leichter die zu bestimmen. Wenn sie dann auch noch die typischen markanten Lippenblütler Blüten hat. Die hat sie jetzt ja noch nicht. Und ja man kann auch so ein bisschen, hat auch einen recht prägnanten Geruch. Schwer zu beschreiben eigentlich. Aber wenn man den mal gefunden hat, dann solltet ihr den auf jeden Fall mal ein bisschen zerreiben und dran riechen. Denn ja enthält recht viel ätherische Öle. Auch ein paar Bitterstoffe und sowas. Und ist definitiv eine ganz nette Pflanze. So für Pestos und so hat nämlich ein leichtes Pilzaroma die Pflanze. Und dementsprechend macht die sich ganz gut. Also so für Pestos oder auch für Suppen und so für herzhafte Küche eben tendenziell eher weniger jetzt für Säfte und Smoothies eigentlich. Ja ist traditionell auch ein bisschen angewendet worden. Zum Beispiel bei zur Regulation der Menstruation. Aber auch so ein bisschen als harntreibendes Kraut. Also traditionell gibt es da doch einige Gebiete, wo die Pflanze benutzt worden ist. Ja wissenschaftlich ist sie in diesen Richtungen leider noch nicht wirklich erforscht, was sie da so auf dem Kasten hat. Also da geht noch was. Wie bei so vielen Pflanzen. Ja definitiv eben jetzt was Schönes, was man jetzt so im Mai sammeln kann. Der Wald ziehst. Hier haben wir jetzt einen ganz typischen Frühjahrspilz gefunden. Nämlich den schuppigen Porling. Den findet man jetzt im Frühjahr eben vor allen Dingen, aber auch später noch im Sommer, auf Laubholz. Und ja, er hat ein sehr markantes Aussehen, wie man hier sehen kann, schon auf der Oberfläche. Macht dem Namen da auch alle Ehre. Schuppiger Porling. Und wir haben hier so dunkle Schuppen, die wir hier sehen können. Und dann haben wir ein Porling, das heißt von der Unterseite sehen wir Poren. Und im Unterschied jetzt zu Röhrlingen, die ja auch Poren haben, lässt sich hier die Porenschicht nicht einfach so von der Huthaut leicht lösen. Sondern es ist fest miteinander verwachsen. Ja, es ist ein ganz interessanter Pilz, den man ganz gut einsetzen kann auch, also wenn man ihn mag. Er hat schon einen recht speziellen Geschmack und auch einen recht speziellen Duft auch schon. Also es riecht so ein bisschen mehlig. Aber der Geruch erinnert auch irgendwie so ein bisschen an Wassermelone in einer gewissen Weise. Und der Geschmack ist dann ganz ähnlich. Also es schmeckt so ein bisschen wie eine Mischung aus Mehl, Wassermelone und Gurke. Also ein Pilz, ja, muss man mögen. Ja, dann haben wir eigentlich auch normalerweise ein recht markantes Merkmal noch, dass die Stielbasis schwarz ist oft. Bei dem hier ist sie leider ein bisschen abgebrochen, so ein Wasser im Holz. Und zusätzlich ist der auch noch sehr, sehr jung hier. Und da kommen jetzt lauter so verwirrende Faktoren ins Spiel. Nämlich einerseits jetzt dadurch, dass er so jung ist noch, ist er halt eben sehr klein. Denn es ist ja ein Pilz, der kann mal die Größe von einem Frühstücksteller eigentlich kriegen. Also die können richtig riesig werden. Also einmal die Größe haben wir und dann jetzt in dem Fall halt hier diese abgebrochene Stielbasis, die halt eigentlich eher schwarz sein sollte und jetzt hier nicht wirklich so richtig schwarz ist. Also man sieht es hier so andeutungsweise hier. Und da ist die Verwechslung jetzt sehr leicht möglich mit dem Sklerotienporling, der auch Schuppen hat auf der Oberseite und auch tendenziell eigentlich so in dieser Größe oft zu finden ist und eben keine schwarze Stielbasis hat. Aber da ist jetzt eben hier dieses Riechorgan sehr, sehr wertvoll. Denn der Schuppigeporling, also der hier, hat eben diesen eben schon angesprochenen sehr markanten Duft. Also schon mit einem Abstand hier von 20, 30 Zentimetern teilweise kann man den schon erschnüffeln. Ist wirklich teilweise sehr intensiv. Und der Sklerotienporling, der riecht eben nicht so typisch mehlig, melonig, gurkig, sondern eher pilzig und auch wesentlich dezenter. Und da haben wir auf jeden Fall ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Auch dann, falls es mal so verwirrende Momente wie diesen hier gibt, den Geruch. Ja, also ein feiner Pilz, den man jung ganz gut noch essen kann. Im Alter wird der auch zäher und so. Dann kann man vielleicht teilweise noch äußere Stellen nehmen vom Hut und so die mittleren eher nicht mehr. Muss man halt gucken. Und ja, auch sonst interessant, wurde auch schon ein bisschen untersucht in Vitro-Studien und Tierversuchen. Also wie gesagt, auch jetzt nicht einfach alles auf den Menschen direkt übertragbar. Aber da wurde eine antioxidative Wirkung gezeigt, auch eine krebshemmende Wirkung und eine immunmodulierende Wirkung auch. Also scheint auch was ganz Gutes möglicherweise zu sein für das Immunsystem dieser Pilz. Also wir denken für uns da nichts falsch zu machen, diesen guten Pilz zu essen. Diese Pflanze hier, die kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus unseren letzten Videos. Mit diesen markanten kleinen Blättern immer, die am Stiel sind zwischen den großen Blättern. Dabei handelt es sich hier um das gute alte Meeresüß. Und davon ernten wir jetzt immer noch die Blätter. Noch sind sie eigentlich zart genug und wir machen damit auch ganz gerne eine Süßspeise. Und ja, wenn wir mal Zeit finden demnächst, dann machen wir da auch mal ein Rezeptvideo vielleicht zu. Und ja, da sammeln wir immer ein bisschen was und machen dann eine Süßspeise. Das ist jetzt hier allerdings auch schon für zwei Tage. Denn man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man dann jetzt nicht zu viel von auf einmal isst. Weil enthält ja auch Salicylsäure. Also sprich ein Wirkstoff, der ja in vielen Kopfschmerzmitteln oder Schmerzmitteln auch drin ist. Deswegen ist da immer ein bisschen Vorsicht geboten, wie viel man davon isst. Aber schmeckt halt auch sehr lecker. Also eine sehr schöne Pflanze, das Meeresüß. Wir haben ja was, was manche auf den ersten Blick erstmal als Pilze bezeichnen würden vielleicht. Aber es ist doch eine Pflanze, aber eine ganz besondere Art von Pflanze. Denn es ist ja eine Pflanze, die sich mit Sporen vermehrt, wie es eben auch die Pilze tun. Ja, sporentragende Pflanzen. Ja, ist was sehr Fossiles, was sehr Altes. Das sozusagen hier noch aus den Zeiten der Dinosaurier noch freundliche Grüße mitschickt. Es handelt sich hierbei um die Sporentriebe vom Ackerschachtelhalm. Also die sind jetzt so da. Die kamen schon im April und jetzt im Mai sind sie immer noch da. Und ja, wenn man das sehen kann, ich weiß es nicht. Aber ja, hier, die Sporen hier schön ausschauen. Und ja, der Ackerschachtelhalm ist eine sehr interessante Pflanze. Vor allen Dingen dann der grüne Teil der Pflanze, der dann jetzt im Mai erst ein bisschen später kommt, wird da verwendet. Aber auch diese Sporentriebe kann man benutzen. Also die kann man sowohl roh essen als auch so ein bisschen anbraten. Geht auch so ein bisschen Richtung Spargel vielleicht in der Pfanne. Also in Zeiten, wo alles nach Spargel schmeckt, da schmeckt auch sowas hier nach Spargel, ist klar. Der Ackerschachtelhalm ist auf jeden Fall sehr interessant. Er ist sehr, sehr reich an Mineralstoffen. Zehn Prozent davon sind Mineralstoff. Ungefähr sieben Prozent Kieselsäure. Also der ist richtig reich an Kieselsäure, der Ackerschachtelhalm. Und ja, hat auch eine traditionelle Verwendung als hantreibendes Mittel. Wurde aber auch viel eingesetzt, zum Beispiel gegen Rheuma in Form von Tees beispielsweise, aber auch zum Baden, dass man das Badewasser damit angereichert hat. Zum Beispiel der Pfarrer Kneipp, der hat das auch sehr gerne benutzt. Auch äußerlich zum Beispiel bei Geschwüren und sowas. Also auch da hat das eine lange Geschichte. Und mittlerweile ist wissenschaftlich auch so ein bisschen so eine unterstützende Wirkung für das Immunsystem gezeigt worden. Also auch was Spannendes. Ja und diese Sporentriebe, die kann man jetzt eben gerade noch so ganz gut sammeln. Und sich dann halt mal so ein bisschen fühlen wie so ein Dinosaurier. Wobei natürlich der Ackerschachtelhalm sind so die kleinen Überbleibsel davon. Damals, die Langhälse und so, als die noch unterwegs waren, da wurden diese Pflanzen teilweise bis zu 30 Meter hoch. Also es waren dann eher Schachtelbäume sozusagen. Nicht nur so kleine Halme. Also was sehr Schönes. Ja und den findet man jetzt hier. Man muss natürlich auch mal die anderen Schachtelhalmarten mit auf dem Schirm haben, wenn man sowas hier sammelt. Also so was es da so alles gibt. So Sumpfschachtelhalm und so. Weil ein paar davon ja auch eher giftiger sind. Zumindest bei Tieren, soweit man das weiß. Und ja, den findet man hier vor allen Dingen so auf Wiesen und auf Ackerflächen eben. Nur Ackerschachtelhalm finde ich das ja schon so ein bisschen an. Also was ganz Interessantes, was man jetzt finden kann, wenn man sich halt mal ein bisschen fossiler fühlen möchte. Und hier sind sie nochmal. Mal die Schätze der Auwälder, die schönen Speisemorcheln mit ihrer tollen Wabenform. Ja ein wunderschöner Pilz, sehr sehr lecker. Und wahrscheinlich möglicherweise auch jetzt leider die letzten für dieses Jahr. Denn wir haben jetzt schon viele hier auch gefunden gerade. Die sahen auf den ersten Blick hervorragend aus. Richtig schön groß. Aber halt nur auf den ersten Blick aus der Entfernung und von näher betrachtet, waren sie dann schon hinüber. Also die Saison geht leider dem Ende zu, aber die nächste kommt ja schon wieder bald. Ja, tolle Pilze, sehr lecker, aber auch sehr gesund. Also so in Sachen Heilpilzforschung, sage ich jetzt mal, da gibt es da noch nicht so viel. Aber auch ein bisschen, auch halt wieder in vitro Studien und Tierstudien, wo es so ein bisschen auch so geht Richtung antioxidative Wirkung, immunmodulierende Wirkung, leberschützende Wirkung. Also klingt auch alles sehr spannend und vielversprechend. Und was natürlich auch sehr faszinierend ist über Morcheln, dass 100 Gramm Morcheln schon fast den Tagesbedarf an Eisen abdecken. Also je nachdem, wie hoch man den Eisenbedarf ansetzt, bei den Morcheln ist es ungefähr so 12 Milligramm pro 100 Gramm Morcheln. Also die lassen sich da nicht lumpen. Ja, also ganz, ganz was Feines hier nochmal jetzt die nochmal gefunden zu haben und wir sind hoch erfreut. Hier haben wir was wunderschönes gefunden jetzt. Den Wiesensaalbei, der wächst, wie der Name schon vermuten lässt, auf einer Wiese. Die ist relativ kalkhaltig tendenziell, also da weiß man auch ungefähr, was man hat. Ja, Kalk ist eine ganz tolle Pflanze. Ist ein bisschen milder jetzt, als man den Saalbei kennt, den man so aus der Küche kennt, aus dem Garten und so. Trotzdem lässt er sich auch genauso gut einsetzen hier, der Wiesensaalbei. Ein bisschen großzügiger tendenziell, weil er eben milder im Geschmack ist, auch ein bisschen milder von den Inhaltsstoffen her. Aber er enthält trotzdem jede Menge ätherische Öle und vieles mehr. Wirkt sehr antibakteriell und antioxidativ und all sowas. Hat auch eine recht lange Verwendung als Heilpflanze. Vor allen Dingen so bei Halssachen, also Halsschmerzen und sowas zum Gurgeln. Überhaupt für die Mundhygiene auch natürlich so ein bisschen mit den ätherischen Ölen und Hals und Rachen und sowas. Aber auch für den ganzen Verdauungsapparat, ja, Appetitanregend. Einfach ein feines Gewürz und ja, eine wunderschöne Pflanze eben hier. Wir haben so runzlige Blätter, die gegenständig angeordnet sind und dann immer versetzt um 90 Grad. Dann haben wir auch einen quadratischen Stiel mal wieder hier und ja, diese wunderschönen riesigen, großen, lilanen Blüten. Also was ganz Feines. Hat auch einen guten Duft, wenn man die Blätter zerreibt. Riecht sehr aromatisch. Wie gesagt, lässt sich sehr variabel einsetzen. Die Blätter als Gewürz großzügig durchaus. Die Blüten sind auch eine wunderschöne leckere Dekoration. Und was ganz Feines ist, ist es auch einfach mal diese Stängel. Wenn man die miterntet, da kann man sich so ein bisschen in so einen Hasen verwandeln und die so aussaugen. Und man kann sie natürlich auch auspressen zu Hause mit einer Saftpresse oder so. Und die haben extrem leckeren Saft. Also da ist recht viel Wasser drin in den Stängeln und es schmeckt super lecker. Also so ein bisschen blumig und ja, einfach nach Flower Power so, was richtig gut ist auf jeden Fall. Ja, kann man finden auf so Wiesen. Muss man natürlich gucken, dass man auch größere Bestände findet, weil klar, über Ernten ist jetzt auch nicht gut. Immer schön auch auf die Hummeln Acht geben, denn die lieben diese Pflanzen nämlich auch richtig. Hummeln fahren da total drauf ab. Und deswegen natürlich, wenn man sowas erntet, gerade bei solchen Pflanzen auch immer schön aufpassen, dass man es nicht übertreibt und möglichst viel zurücklässt, ne, für die guten Hummeln. Hier haben wir wieder eine unserer absoluten Lieblingspflanzen zur Zeit, den Wiesenbärenklau. Da sammeln wir am liebsten so die jungen Blätter, so wie die hier, wobei junge Blätter klingt nach klein, aber ist doch durchaus auch mal groß, wie man hier sehen kann. Ja, wie beim Giersch, ne, so ein bisschen so ähnlich. Da ist es da auch so diese ganz, je jünger die Blätter, umso besser sind die meistens. Ja, und da muss man natürlich aufpassen, ne, beim Wiesenbärenklau, Doldenblütler, die Gefahr mit dem Schierling, der Hundspeterschierle und allen möglichen anderen tödlich giftigen Pflanzen, da irgendwas zu verwechseln, ist sehr groß. Deswegen immer schön aufpassen und ja, Wiesenbärenklau, ne, auch mal zum Namen, wie man sehen kann, muss gar nicht immer unbedingt die Wiese sein. Also ich bin hier gerade unter so Haselsträuchern und die Wiese, die ist erst ein paar Meter in die Richtung und hinter mir ist ein Auwald. Denn wir finden den Wiesenbärenklau eben auch in Auwäldern und in den Übergängen zu den Wiesen. Ja, also eine sehr, sehr tolle, potente Vitamin- und Mineralstoffquelle. Enthält aber auch ein bisschen Fucocomarine. Das heißt, wenn man empfindlich ist, sollte man den besser eher mit einem Taschentuch anfassen oder mit einer Tüte. Denn er kann die Fotosensibilität erhöhen an den Stellen. Also an einem Tag jetzt wie heute, wo es so ein bisschen wechselnd bewölkt ist, ist es vielleicht weniger schlimm. Aber wenn richtig die Sonne knallt auf die Stellen, wo man den berührt hat, dann kann es schon so ein bisschen Ausschlag geben. Das heißt, da muss man aufpassen, wenn man da sehr sensibel ist. Aber ja, eine tolle Pflanze, aber wie gesagt sehr, sehr gefährlich mit der Verwechslung. Und wir haben auch schon mal ein Porträt dazu gemacht, wenn ihr dazu mehr sehen wollt. Jetzt gibt es hier auch feine essbare Blüten. Den Rotklee kann man gut verwerten, so auf Salaten als Deko. Und hier natürlich immer noch Gewitterblümchen. Auch da werden wir welche von Ernten in diesem blauen Kontrast. Die kennt ihr ja schon aus dem letzten Video auch unter anderem. Denn ja, ein bisschen Regen und Gewitter ist immer gut. Zurzeit lohnt es sich sehr, nach diesen Blüten hier Ausschau zu halten. Sehr, sehr klein und filigran, so hellblau. Was sehr fein ist hier nämlich die Rapunzel, der Feldsalat. Und zurzeit ja so an Waldrändern und auf Wiesen, also da wo ein bisschen Licht drankommt, da findet man die jetzt gerade. Und es ist zum einen insofern sehr toll, dass man die natürlich jetzt sammeln kann, diese Blüten, und gut essen kann. Und ja, es schmeckt so ein bisschen, als würde man Feldsalat nehmen und den nochmal ein bisschen verstärken. Also wie eine intensive Form, sehr sehr nussig, also echt was richtig Leckeres, diese Blüten. Und es lohnt sich natürlich auch doppelt, denn jetzt kann man sich natürlich auch merken, wo diese Blüten gerade wachsen und weiß dann im nächsten Jahr, wo dann so im Februar, März rum, dann eben der Feldsalat steht, den man dann da schön ernten kann. Weil die kleinen Blattrosetten ja doch eher unauffällig sonst sind. Aber so spart man sich sozusagen viel Arbeit für den Winter und kann dann dort schon mal jetzt schauen, wo diese wunderschönen Blüten hier wachsen. Wenn ihr die letzten Episoden aufmerksam geschaut habt, dann könnt ihr mir ja bestimmt sagen, was wir hier für Lippenblütler haben. Was ist denn das hier, was hier so gelb blüht und was ist das, was hier so blau bis lila blüht? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Hier haben wir mal wieder einen schönen Lippenblütler gefunden. Auch wieder mal ganz typisch mit kreuzgegenständigen Blättern und einem quadratischen Stiel. Hier haben wir die weiße Taubnessel und das ist auch eine ganz nette Pflanze, die am Geschmack auch eher was Herberes ist. Also vielleicht auch eher was für die herzhafte Küche, für Soßen und sowas. Schmeckt auch leicht pilzig, tatsächlich. Also so der Waldziehst ist er noch ein bisschen eleganter vielleicht in Sachen pilzigem Geschmack. Die ist schon ein bisschen stärker, aber hat durchaus auch was. Und wurde auch ein bisschen untersucht wissenschaftlich, so in Tierversuchen zumindest. Und hat da eine entzündungshemmende Wirkung gezeigt. Und ja ansonsten hat sie auch schon eine lange Geschichte. Auch als Frauenheilkraut zum Beispiel wurde sie viel angewandt und wird sie immer noch noch. Also ist auf jeden Fall eine interessante Pflanze eben auch aus der Welt der Lippenblütler. Mittlerweile blüht auch die Bachnelkenwurz. Die haben wir ja im Dezember gesammelt. Da haben wir die Wurzel davon gesammelt und jetzt ist sie auch in der Blüte. Auch die Blüten kann man sammeln, sind ganz dekorativ, aber schmecken eigentlich so ziemlich nach nichts. Hier haben wir was anderes Schönes, was jetzt auch kurz vor der Blüte steht. Nämlich den Beinwell. Die Knospen hier sind schon zu sehen, schon richtig schön in diesem lila Ton. Also der ist schon sehr bereit. Und damit ist er dann auch ein sehr wichtiges Merkmal entstanden, wo wir den Beinwell ja sehr gut unterscheiden können vom Fingerhut, der ja verheerend ähnliche Blätter hat wie der Beinwell. Und das ist natürlich ein sehr hilfreiches Merkmal, wenn man den Beinwell noch nicht so gut kennt. Und den sammeln wir auch wieder ein bisschen, ein paar Blätter, so wie immer, aber wie gesagt immer auf die Pyrolicidinalkaloide Acht geben und entscheiden, ob man das eben essen will oder nicht. Hier auf dieser Feuchtwiese haben wir jetzt was sehr interessantes gefunden. Eine Pflanze, die auf den ersten Blick erstmal ganz unscheinbar ist, aber schon was recht besonderes. Hier haben wir es nämlich mit dem kleinen Baldrian zu tun, auch manchmal Sumpf-Baldrian genannt oder Wiesen-Baldrian, passt ja alles ganz gut hier in dem Fall bei der feuchten Wiese. Ist sehr eng verwandt mit dem gewöhnlichen Baldrian, den man so kennt und hat aber auch so ein paar Besonderheiten. Also wir haben zum Beispiel unten so eine Rosette direkt über der Erde, da sind die Blätter eiförmig, aber nur die Rosettenblätter sind eiförmig. Und dann haben wir diesen Stiel, der dann hoch geht, der so ein bisschen kantig, auch so leicht gefurcht ist teilweise. Und da haben wir dann gegenständige Blätter, die kreuzgegenständig angeordnet sind und haben dann eben oben abschließend diese wunderschönen sehr sehr kleinen zarten Blüten in diesem leichten Rosaton. Also ist eine besondere Pflanze, die mit dem Baldrian wie gesagt sehr eng verwandt ist, deswegen wohl auch eine recht ähnliche Wirkung hat, also eine sehr beruhigende Wirkung, wohl in manchen Versuchen ein bisschen schwächer abgeschnitten hat als der Baldrian, also eher eine mildere Variante. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir sammeln diese Pflanze nicht, weil sie doch ziemlich selten ist. Also zumindest da, wo wir so unterwegs sind, kommt ja auch immer ein bisschen auf die Region sowas an, deswegen lassen wir die einfach stehen. Aber ja, wir haben sie jetzt auch zum Beispiel in dem Fall hier jetzt auch gerade eher zufällig entdeckt, weil auf den ersten Blick aus der Ferne sah es so aus, als würde hier die Rapunzel blühen, der Feldsalat, aber das ist er nicht, aber die Blüten sind ja wirklich sehr sehr ähnlich, auch beim Feldsalat macht auch Sinn, denn auch der Feldsalat ist ja mit den Baldegerngewächsen, also gehört zur Familie der Baldegerngewächse und deswegen ist der Verwandtschaftsgrad da gar nicht so weit entfernt voneinander. Also eine sehr sehr schöne Pflanze hier, aber eben eher was zum stehen lassen. Das hier, das kennt ihr noch aus dem letzten Video. Hier haben wir das wunderschöne Wiesenschaumkraut mit diesem leichten Rosaton und auch Weißtönen, eben ein tolles Kraut, was man jetzt sammeln kann noch, denn es ist eigentlich auch schon bald wieder vorbei. Man sieht so ein bisschen an den Blättern, die da so dran sind, farblich, die lassen schon fast ein bisschen nach teilweise. Also allzu lange hat man da jetzt gar nichts mehr von, deswegen sollte man da jetzt noch zuschlagen bei dieser schönen Pflanze mit den Senfölglycosiden. Ja, die Natur ist dieser Tage einfach, zeigt sehr deutlich ihren Willen zum Wandel. Also wenn man jetzt so guckt, ins Unterholz reinschaut, wo es so vor 2-3 Wochen alles noch kahl war, ist jetzt alles komplett grün, auch durch die letzten Regengüsse natürlich auch so ein bisschen ausgelöst. Aber auch an sich, ja und der Wille zum Wandel bei der Natur ist schon was Feines, können wir Menschen uns manchmal eine Scheibe von abschneiden. Und das war's dann auch für heute mit unserer kleinen, großen Tour. Also richtig feine Sachen, die letzten Speisemorcheln jetzt auch nochmal gefunden. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich wirklich bald vorbei, leider. Also alle Morchelfanatiker und Morchelfreunde werden jetzt wieder in den Morchelblues fallen. Das heißt, man ist jetzt wieder elf Monate lang schwerst depressiv, bis es dann endlich wieder losgeht, die Jagd, die Geierei auf die neuen Morcheln und dann sag ich mal bis bald. Ja. 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 Ja.